Wir sind jetzt erstmal hier aufs Schiff gegangen, um uns einen kleinen Überblick zu verschaffen, was uns denn heute hier alles erwartet. Weil wir zwei gehen heute noch in den Lissberg. Lissberg? Lissberg. Lissberg, habe ich wahrscheinlich schon erwähnt. Lissberg-Ferien, nein, Freizeitpark mit dem Weihnachtsmarkt und so. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es sieht so hübsch aus. Auf einmal hat es hier auch geschneit. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Aber hier sind Schneemänner, aber nicht aus Schnee. Ne, ist Holz. Aber es sieht echt fabelhaft aus. Wir sind zwar erst zwei Meter gegangen, aber sind jetzt schon fasziniert. Also Leute, wenn ihr im Winter hier seid, ich würde jetzt schon sagen, dass dieser Freizeitpark ein Muss ist. Mal gucken, was uns doch alles so erwartet. Der Freizeitpark Denis Ist es gut? Na ja. Foto. Foto. Foto! Nadine freut sich. Das sieht so witzig aus. Die ist halt nur kurz da unten drauf. Nadine will auch gerne mal mit dieser Krake fahren. Foto! 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 Also ich habe hier einiges gelesen über diesen Park hier und es wurde nicht zu viel versprochen. Sehr abwechslungsreich, sehr skandinavisch hier. Aber Rentiere habe ich noch nicht gesehen. Ja, das habe ich gelesen. Ja, echt schön gemacht, wirklich. Schön viele Buden, große Auswahl an Getränken, an schwedischen Getränken, Glöck und heiße Schokolade und sonst was. Und Süßigkeiten, Hot Dogs, also alles was das Kinderherz, also unser Herz begehrt. Eine ganz kleine und kurze, lustige Anekdote, vorhin dachte ich. Wir haben uns vorhin schon mal ein kleines Getränk bestellt, eine heiße Schokolade und ein Glöck. Und ich habe den großen Glöck genommen und habe einen relativ kleinen Becher erhalten. Jetzt habe ich uns nochmal zwei Glöck bestellt, hier konnte man keine Größen wählen. Und ich dachte, ja, ganz normale Glühweingröße bekommt man dann. Das ist ein Glöck. Für 20 Kron, also umgerechnet 2 Euro pro Stück. Kann man nicht meckern, aber sieht niedlich aus, oder? Und es wärmt von innen. Ja, es wärmt. Wie man sieht, es ist wirklich kalt. Prost. Prost. Ganz süß ist es. Süß. Oh, ja. Oh, der hat noch mal die heißen. Ein bisschen heiß trinken, damit wir warm bleiben. Genau. Prost. Wir mussten uns jetzt erstmal eineinhalb Stunden, zwei Stunden hinlegen. Wir sind so kaputt vom Tag. Waren jetzt, ich glaube wir haben vorhin zusammen gerechnet, dass wir so ungefähr 15 Kilometer heute gelaufen sind. Wir haben uns heute das Busticket erspart und sind halt alles zu Fuß abgelatscht. Und ja, mussten jetzt erst einmal schlafen. Ja, ein sehr interessanter Tag bis hierhin. Mit vielen tollen, entspannten Eindrücken. Wie schon so oft erwähnt, das Wetter hat einfach bombastisch mitgespielt. Ja, und jetzt folgt noch unser gebuchtes Drei-Gänge-Dinner. Auf das wir uns jetzt schon tierisch freuen, weil der Hunger bleibt natürlich nach so vielen Kilometern trotz kleinen Snack nicht. K557 peoples auch nochmal weiß, falls es nicht so gut gut kommt. bis jetzt noch einmal sehr啦. W Level Formula bist du der Bustkuner und Pläge habe zu verh corajют.